Alle zwei Meter gibt es in Baldur's Gate 3 irgendwie eine neue Entwicklung auf die man reagieren muss. Jetzt haben wir hier was Neues über Shadowheart erfahren. Hier von Dame Aylen, dass wir hier Eltern noch leben und verständlich, dass da Shadowheart mal nachforschen möchte. Wir haben dazu gestimmt zu helfen, auch wenn es im Moment alles ein bisschen dringend ist, aber dafür können wir uns gerade noch Zeit nehmen. Wir dürfen halt nicht zu viel bummeln. Und da seid ihr bei mir genau richtig. Hier wird nicht gebummelt. Jetzt wird kurz geschlafen und dann geht's sofort los. Guck, da sind sich alle bereit. Dann möchte ich noch was besprechen. Jetzt probiere ich endlich mal die andere Option, ihm den Ball lassen. Ich dachte mir, das ist einfach falsch übersetzt. Was mit dem Ball immer? Oder die falsche Option. Das heißt, ihm das Item lassen, sozusagen. Okay. Gut. Shadowheart, da. Ja. Ja, aber es ist ja nicht, dass sie zu naiv war. Sie war halt nicht zu Kind, sie wurde da aufgezogen. Die Situation sah so aus, sie wurden in die Erinnerung genommen. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie Schuld dran hatte. Darf ich vorbringen, dass Schar vielleicht ihre Gründe hatte? Ich glaube, die Priester von Schar wollten einfach jemanden, den sie ja gut manipulieren können. Ihr wart gezwungen, eine Lüge zu leben. Ihr habt viel um die Uhr, aber wir müssen uns jetzt aufs Wesentliche konzentrieren. Als Zweites hat das sich meine, sie war dazu gezwungen, es war nicht ihre Entscheidung. Indeed. Aber die Wahrheit kann noch schmerzend sein. Wer weiß, was Schar von mir bleibt. Wir hätten besser aufpassen und hoffen, dass wir bereit sind, wenn der Moment kommt. Aber bevor das ist, es gibt eine Sache, die ich auch noch sehen muss. Okay, und zwar... Ihr könnt euch bald sehen. Lass es mir mit. Okay. Eine Überraschung für uns. Vielleicht will sie mir ein Bild malen. Ich glaube, das ist es. Gale hat noch nichts dazu zu sagen. Dann verlassen wir mal das Lager. Und gucken wir mal auf die Map. Wir gucken erst mal ins Journal. Eine Menge Updates. Tja, es handelt sich um einen größeren Plan, als wir dachten. Das haben wir wohl rausgefunden. Catholic Thorn haben wir besiegt. Der Alien hat die Wahrheit über Schattenherz enthüllt. Sie wurde als Kind nicht etwa von Chariten gerettet, sondern er führt indoktriniert. Richtig. Nach Baldustor sollen wir uns machen. Das passt doch perfekt. Da wollen wir eh hin. Nachtnit hat unser Lager besucht das auch. Urins Nesserstein und Gortasch Nesserstein brauchen wir. Dann machen wir uns auf den Weg nach Baldustor. Oder? Ich glaube. Ich glaube, das ist jetzt das, was ansteht. Das ist jetzt das, was ansteht. Okay. Das nimmt mich ein bisschen an Dragon Age Origins. Das war auch sehr cool, wie man da die Verbündeten gesammelt hat. Irgendwann werde ich das auch nochmal spielen. Das war ein tolles Spiel. Das kann ich natürlich nicht mit einem Battle... Ähm, Battle. Ich will mal begiebig mal wie Battlegrounds sagen oder so. Mit einem Baldur's Gate mithalten. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel. Ich habe schon Verbündete. Ich habe schon Verbündete. Was heißt denn das, was wir sehen genau von uns jetzt? Sollen wir hier eine Armee ausheben? Wollen wir... ...in der Stadt nach Verbündeten suchen? Weil hier, finde ich auch... Soll ich von den Hafen dann welche mitnehmen? Was möchte sie denn? Verstehe ich nicht ganz. Noch jemand Übriges, wenn wir die Stadt erreichen? Soll ich das, was wir sehen? verstehe das meinte sie damit jetzt haben wir ja schon mal gesehen von der fähre casten wieder noch mal licht auf uns ich glaube ich habe die falsche waffe ausgewählt ich kann auch mal ihre waffe rausholen sie ein bisschen leuchtet der schilds doch echt gut aus passt langsam alles ziemlich gut würde mir auch stehen aber wir haben starb das ist wir haben auch ein aber das passt schon ganz gut warum sind schon wieder schön da reinlaufen kinder wird sonst was bekämpft aber ihr lauft da in so einen schwachsinn rein straßen nach baldustrücken noch ein bisschen was erkunden aber wir haben eigentlich zwar dringende aufgaben zu erledigen baldos gate brennt schattenherz eltern sind da verbündete suchung selbst wenn ich jetzt mal die eine oder andere quest verpasst ich meine wir haben das schon sehr sehr kündig gemacht sehr viel wir werden trotzdem eine menge verpasst haben das einfach weil das geht drei was unfassbar umfangreiches also man kann da auch noch eine menge sachen anders machen sowieso überhaupt machen ich nicht gemacht habe zusätzlich ist das coole es muss dazu story passen und ich werde das hat noch mindestens ein zweimal spielen mit verschiedenen charakteren ist auch nicht ganz so schlimm wenn ich jetzt mal was verpasst habe ich hatte noch was vor mir auch sehr schön bin ich überhaupt nicht so jetzt will die mir noch ein schlechtes gewissen machen nächstes mal wir haben ja eine sache es hing mit dem heilsinn zusammen ich weiß nicht ob es ohne heilsinn geht den schattenflug zu brechen das haben wir ja mit dem art besprochen und der war sehr sehr niedergeschlagen bei heilsinn tot war nicht nach einer anderen es ist nicht eine andere möglichkeit gesehen ja es geht weiter wenn wir die absolute erst mal besiegt haben dann erledigt sich das vielleicht von alleine oder wir kommen noch mal zurück so einfach ist das man muss nicht so traurig sein muss mancher prioritäten setzen wenn er die amika auf baldos tor zu marschiert können wir nicht zu viel rum bummeln nämlich mal bis an den bolten muss ich sagen gibt es hier wenn du hier bist ich glaube wir uns raken ist und die Preparation für meine inauguration sind nicht complete nein lord Gortesh wir wurden wieder 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 in der lower city wieder 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 diese so you came cowering zu meinen chambers ich flattere sergeant aber sogar ich kann auch die Natur-Phenomenon zu cease forgive me mein lord But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Auryn. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a buldurian welcome. I itch to peel you. To split your skin. To see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow and tomorrow and tomorrow and tomorrow my blades will thirst again. This should do nicely for a camp. This is a complete psycho. Sehr schön. It's a significantquick. I don't care. Thank you. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gerade nichts anscheinend muss jetzt der lagerplatz dann schatten herz laser sollte mal laser auf jeden fall hallo sagen wenn wir gerade noch ein paar ruhige momente haben bevor wir in bylos gate ankommen das ist ein leder wird vielleicht wieder ich hab jetzt schon gesprochen oder ich habe nicht erwartet aber ich bin glücklich zu haben auf diesem reichnen schaden von der lacht zu be in darkness your truth ist finally dawning shadowheart you can follow its light or you can retreat back into dusk Ah, Mitsura, richtig, da war ja noch was. Mitsura meinte, ihr könnt darüber reden, was zu eurem Pakt und eurem Exil führte. Es wird Zeit, dass ich die ganze Wahrheit erfahre. Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte. Meine Seele würde ich nicht aufgeben, falls ihr darauf anspielt. Wenn es nach mir ginge, könnte sie niederbrennen. Die Seele aufgeben, schwierig. Sagen wir mal das zweite hier. Fragen wir mal nach dem Drachenkult. Und leid auf Boulders Gate. Ten Tage nach dem Vater hat, ich hörte ein Whisper als ich schlapp. Duskhawk Hill, die König der Chaos wachsen. Geh allein. Ich habe eine Rappier und fuhr. Es gab eine Rappier. Es gab keine Schlauhe, noch nicht nur eine Star war schlägt. Da sie waren, auf der Fuß des Heils. Ihr Kopf schlägt. Will will, um zu zeigen, was passiert. In the looming shadow of the mount, five groups of five figures, each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's five heads. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Hm. Hmm. Mizura ist Baldur's Tor doch sicher einerlei. Warum wollte sie die Stadt retten? Naja, um die Seele zu bekommen. Eine tapfere Entscheidung und eine schreckenserregende. Habt ihr es allein mit 25 cultisten aufgenommen? Kaum zu glauben. Und was geschah mit eurem Vater? In der Tat, eine tapfere Entscheidung. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus, and oozed the rot of dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were five greyed Orbs atop a pile of ash. My soul was bound. And my lips were sealed. Ist dabei euer Auge verloren beim Kampf gegen die Drachenkultisten? Frag mal, warum sie die Stadt gerettet hat. Was ist mit dem Großherzog passiert? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazura had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After he said only one word, go. So I did. Oh, so eine, das ist schon eine tragische Geschichte. Es war tapfer, was er für die Stadt getan hat. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Wir kommen später auf das Thema zurück. Ich verstehe. Aber wir können ihm jetzt nichts sagen. Vielleicht können wir es doch noch sagen. Wir müssen ihm doch sagen können, dass wir jetzt eigentlich für ihn ausgehandelt haben, dass er in spätestens sechs Monaten aus seinem Pakt entlassen wird. Das wäre doch eine nicht ganz unwichtige Information, meiner Meinung nach. Ihr müsst so wütend gewesen sein, dass euer Vater euch aus der Stadt verbannt hat. Ach, fies. Fehlt euch euer Vater, ihr seid zu nachsichtig. Ich kann es ihm nicht übel nehmen, aus seiner Perspektive hätten euch jederzeit Hörner wachsen können. An seiner Stelle hätte ich euch sofort getötet. Fragen wir mal, ob der Vater ihm fehlt. Sind wir nicht immer auch beides? Der Mensch, der wir waren und der Mensch, der wir jetzt sind. Shadowheart war kein wahrer Kind von Shara. Nur ein Kaptiv. Sie muss ihre Vengeance haben. Ich höre. Die gleichen Sachen sagen. Wie, das geht jetzt nicht weiter irgendwann. Das ist doch wie vom Kampf. Exquizit, nicht wahr? Der Schmerz ist eine mutuelle Promete, auf unserer Flasche und Beine. Inside your every wound lives my obsession. Inside my every wound lives your passion. Kann schon, ich könnte schon interessant sein, sowas mit der Laser. Ich möchte euch küssen. Das geht aber immer. Ich denke, wir können jetzt hier die Nacht beenden. Unser Lager für die Nacht aufschlagen und am nächsten Tag weiter nach Waldos Tor gehen. Das klingt doch ganz gut. Komisch, dass spezifisch die Kalach hier auf der Linemap angezeigt wird. Auch weil sie in der Party ist. Ich habe gerade überlegt, warum der Gale nicht. Das ist so eine halbe Hybrid hier zwischen Lager und normalen Spielen irgendwie. Gut, wie gesagt, dann rasten wir hier. In der nächsten Folge geht es weiter Richtung Waldos Tor. Bis dann. Gut, wie gesagt, dann rasten wir.